Hallo, ich bin Marc Rösler, deutscher Muttersprachler. Seit über drei Jahren lehre ich Deutsch mit inspirierenden Deutschlernmaterialien. Ich bin fest davon überzeugt, dass du auch Deutsch lernen kannst. Viele Leute denken, Deutsch wäre eine schwere Sprache. Aber in Wahrheit ist sie gar nicht so schwer, wenn man sie mit der richtigen Methode lernt. Deshalb lehre ich mit dem natürlichen Ansatz. Das bedeutet, mit meinen Materialien erwirbst du die Vokabeln und die Grammatik automatisch, indem du viel hörst und liest. Dein Gehirn erkennt die Muster. Du lernst Deutsch wie ein Baby, wie ein Muttersprachler. Vielleicht lernst du schon, Deutsch immer mehr zu verstehen. Mit Authentic German Learning wirst du lernen, Deutsch auch selber zu sprechen. Du brauchst auch nicht viel zu überlegen, wenn du die Wörter und grammatikalischen Strukturen mit dem natürlichen Ansatz erworben hast, anstatt sie nur auswendig zu lernen. Viele Deutschlerner und Deutschlehrer konzentrieren sich am Anfang zu sehr auf die Grammatik. Und dies ist der Grund, warum die Schüler große Probleme mit dem Sprechen haben. Ein weiterer Grund ist ein Mangel an Motivation und den richtigen Gewohnheiten. Regelmäßigkeit und genügend Zeitinvestment ist der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt keine magische Formel. Jeder, der versucht, dir einzureden, du könntest Deutsch in kurzer Zeit lernen, ohne viel zu tun, erzählt dir Unsinn und beleidigt deine Intelligenz. Um deine Motivation zu fördern und dich zu inspirieren, spreche ich in meinen Deutschlernmaterialien oft über persönliche Entwicklung. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Nachdem du das Sprechen einigermaßen gelernt hast, wird es später auch wichtig, die Grammatik auch explizit zu lernen. Deshalb erkläre ich auch die deutsche Grammatik. Allerdings im Gegensatz zu anderen immer auf Deutsch. All meine Materialien sind nur auf Deutsch und so gut wie immer mit einer Übersetzung, falls du mal etwas nicht verstehst. Das Ziel ist es, dass du in die Sprache eintauchst, denn wenn du sogar vergisst, dass es uns Deutsch lernen geht, dann weißt du, dass du effektiv Deutsch lernst. Je wohler du dich fühlst, je stressfreier, je weniger Angst du hast, je selbstbewusster du bist, desto effektiver lernst du Deutsch. Mit mir lernst du deshalb wie mit einem Freund. Du hast mit mir einen freundlichen Deutschlehrer, der dich inspiriert. Tausende Deutschlerner wurden schon von mir unterrichtet und du kannst auch Deutsch lernen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann klicke auf den Link unten. Wir sehen uns dort!